also ich spiel jetzt ja gerade nur so vorfahren a card modus mehr und ich glaube die ke von von den gegnern muss noch ein bisschen überarbeitet werden kurzen an also sehr ich weiß nicht wie ich den hier irgendwie fest gepackt aber das ist schon irgendwie nicht sondern sobald runter geht pass auf man sagt er darf anders an sei es ruhig dann ein ange die ganze zeit die ganze zeit der angriff ich kann zurzeit ganze zeit den gleichen hat mich vollkommen ignoriert ist direkt nach links gelaufen ja so hat der kampf mehr oder weniger begonnen gerade ich komme wirklich hier unten bleiben und dem mit meiner rakete abschließen und er läuft die ganze links und rechts ja oh mein gott er hat mal ein anderes gemacht jetzt noch okay er ist wieder zurück zu sein ja also ich mache alles spielt naja ich bin jetzt nicht so einer der jetzt irgendwie so wachs in einem spiel irgendwie so raus pointet und irgendwie auf die entwickler gucken und sagt einmal euer spiel aber wenn man sowas sieht dann sollte man vielleicht schon mal in betracht sehen da irgendwie was dran zu machen okay oh mein gott er hat man das an das ist ja wieder zurück ich versuche mal ob ich irgendwann hier gegen testkämpfe der macht auch immer nur den gleichen angriff also nochmal statt auch noch hinkrieg zu zeigen also ja das war es von meiner seite aus dankeschön und ok jetzt macht er jetzt mal anderes anscheinend ich weiß ja nicht ob das irgendwie damit zu tun ob die bäume noch haben da sind oder so oder und da ist er wieder nein es ist ja wieder in dem herrland ok das ganze mit mal aus fliegen mein showcase ist es zu ende wo ich noch mal zeigen ciao